Moin, hallo, Hagen Sell ist mein Name. Ich bin hier in Sassnitz, Segelmacher, bin 36 Jahre alt und wenn ich nicht hier im Laden bin, gehe ich gerne Windsurfen und Wellenreiten und habe meinen Spaß auf dem Wasser, so wie meine Kunden auch. Als ich meine Lehre zum Kochen angefangen habe und dahin gegangen bin nach Juist, da war ich der Ossi. Schon spätestens beim zweiten Urlaub hier auf der Insel war ich der Wessi. Wieder zurück war ich der Ossi. Also tut mir leid, da habe ich überhaupt gar keinen, das interessiert mich null. Ich komme mit allen klar und das sind alles nur Klischees, bin ich mir ziemlich sicher. An der Nordsee habe ich das Surfen gelernt und dachte dann halt auch jahrelang, ich könnte hier gar nicht mehr herkommen. Kleines Binnenmeer, hier gibt es keine Wellen, aber gibt es doch und so bin ich dann doch irgendwann wieder hier aufgeschlagen. Aber die Surferei fing an der Nordsee an und es ist für mich auch immer noch so ein Ding, ich muss einmal im Jahr irgendwann die Nordsee am liebsten nach Dänemark. Ein großes, weites Land, wenig Leute, viel Platz. Da kann man sich frei bewegen, viel freier als hier, definitiv. Früher durfte man hier nicht raus, aber sich hier drin frei bewegen und jetzt ist es offensichtlich genau andersrum. Jetzt hat sich das gewandelt, das Blatt. Und jetzt gibt es hier so viele Stellen und Orte auf der Insel, wo ich mich nicht mehr bewegen darf, wo überall Verbotsschilder stehen, wo ich nicht weiß, worum es geht. Wo einfach an sich kein glücklicher Grund dahinter steckt. Das ist dicke, wie schön. Untertitelung des ZDF, 2020